Yo Leute, willkommen bei BullyDN-Runde auf dem Schloss zu lachen, du Oma. Ich hab ja noch... Ja, falls ihr nicht wisst, warum die mich auslachen, weil ich hier noch diesen schwulen Pullover anhab, den mir meine Mami gesendet hat. Und den werd ich jetzt gleich mal wechseln, weil die hat den mir nur geschenkt wegen Snow und so. Nutsch ist... Fuck, fuck, idiot, irgendwas. Obwohl, ich fahr jetzt einfach zu meiner Missioni. Ist hier ein Fahrrad? Ja. Okay, meine Mission ist Comic-Lepto. Let's go. Mal schauen, was ich da machen muss. Auf jeden Fall, so wie es im Namen schon drin steht, irgendwas für die Nerdies. Los, mach. Achtung, Achtung. Oh, hallo, mein Alter. Hey, du, Spast. Besorge dem Landstreicher ein paar Pillen. Klar. Ich werde das machen. Ich werde das machen. Hop, hop, hop. Yeah. Du musst es verlassen. Ja, toll. Ach ja, genau wie es bei der einen Missioni immer war. Als ich da nochmal irgendwelche Pillen sammeln sollte und der alte mich voll kotzen wollte. So ein Gay. 15 Dollar. War der Penalty-Dollar-Dollar-Zerr. Noch mal? Alter. Kannst du jemandem aus- Das klingt gut. Gib mir auf jeden Fall. Ich habe das. Ich habe das. Nein. Oh, jetzt habe ich schon Geld gegeben. Wo bin ich mit deinem Kopf? Schwarzer Cowboy-Hoot. Oh, ich habe sogar zwei Aufgaben. Comic-Clap-Do und das Wunder in Bullworth Street. Aber zuerst gehe ich zu Comic-Clap-Do. Hi. Ich bin dein Freund. Halt einmal. Comic-Clap-Do. Hey, du Lose-Safs! Ah, mein Asthma. Sir, bist du okay? Hübscher. Ich wurde gerade von einem schweißen Kind und habe einen Asthma-Astieg. Natürlich bin ich nicht okay. Hey. Ich werde dir was sagen. Ich werde dir fünf Dollar geben und ein paar Comic-Clap-Dollar. Wenn du mir helfen kannst, meine Sachen von diesem Punk-Clap-Dollar zu holen. Du hast einen Deal. Oh ja. Für fünf Dollar. Toll. Nein. Scheiße, ey. Das ist keine Spass, die Schwerten. Verrück. Verrück. Los, töte ihn. Oh, mein Wies. Oh. Das ist doch so was behindert. Das kann mit dem scheiß Fahrrad einfach ne... ...ordne Schrumpf fahren. Wie schnell der auch ist. Sterb. Gute Noob. Das kriegt genau auf, was der für ne Scheiße macht. von dem Austria-Sprung. Die in der Familie. Ich weiß nicht. Sprungen. Das ist eine Musik. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das sollte nicht sein. Ich weiß nicht. meine Güte du hässlicher Homo oh so ein Stein oh man jetzt verrägt doch du hässlern kann wie wenig Leben ich dem erst gezogen hab komm jetzt fahrer ja alter wie schnell der ist was los soll ich am Arsch alter dummer Homo kann er jetzt nicht mehr irgendwo dagegen fahren ja oh was macht der denn trifft zum scheißen ey oh trifft immer diese scheiß Kacktaste oh meine Güte ja komm 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 ja ja komm alter scheiße ist das scheiße ist es oh komm her knischt das ist mir wurs du hast also das mit dem Comic klapp du wirst du niemals machen wiese abschützern das ist schon Hilfe ich hab doch gar kein Transistor gefunden oder doch ach Baby ach Junge ja schau mich jetzt erstmal zur Hilfe 4 5 9 keine Ahnung und dann mach ich das mit dem äh Pulwurf Whale Street irgendwas keine Ahnung aber ja oh Spacken mein leben ist auch wieder Mochu Mochu oh oh jetzt passt der hier rum oh was will die Olle Hey, Jimmy, ich muss zu lange zurück, warte. Willst du bitte mich nach Hause kommen? Ein bisschen Hilfe, Fear. Yeah! Just what I wanted. Jetzt wirst du zum geschlagen, alter Mann. Thanks, Kid. Okay, now let's train. Alright, this time it's all over. Geil, ne Fünferkombo. Los, vergewaltige ihn. Und wie immer war's das. Ach, ja. Können wir ruhig mal... Fünferkombo-Falter schalten. Können wir ruhig mal pro Ranz... Radiotransistor zwei Moves zeichen. Jimmy kommt wieder. Auf jeden Fall. Auf den Fahrrad. Und jetzt kann ich wieder in die Stadt fahren. Verlange mir Scheiße. Obwohl ich bald wieder schlafen muss. Achtung, Achtung. Warte mal, vielleicht ist ja... Höschen-Jagd. Los geht's. Jetzt geht die Party ab. Wo ist es? Aha, dahinten. Achtung, Achtung. Littler weg. Spaß. Höschen-Jagd. Hübscher. 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 Hübscher, Sir. You, boy! What do you think you're doing? Nothing. What about you? Well... I'm... I'm looking for naughty boys. I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town. What I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store I did not find one naughty boy. Not one. Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly. That's why I got this research. To check on the dangers. It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you. No problem. But I'll tell you, Hopkins, I'm quite worn out with all this work. I don't, uh, suppose you could do me a favor. What? Well, uh, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week, but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. It would be embarrassing to ask for it now. Oh, uh, maybe you could help, but you'll, uh, have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great. So go and collect all the dirty laundry from the, uh, girls' dorm. Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult's door clutching illicit magazines. Good boy. Now hurry up and bring them to me by the school gates, but... Shh. Pedo. Okay. We'll take the men's sleep room. Oh yeah, now I'm going to find a few men's. Yeah. Finally, something great. What the fuck? What the fuck? That was lame. Ah. The action starts here right now. Hard hinaus. Hoch hinaus. Penis. Wer immer. Los, 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 los. Oh. Meine Güte. Ich bin total konzentriert und kontrolliert bei dem Fahrrad hier. Oh je, jetzt kann ich mich von hinten reinschleichen. Also, ins Haus natürlich. Ich habe noch echt viel Leben. Oh shit. Und ich glaube, ich war ja auch schon mal drin. Also, ist nichts schweres. Also, dass ich mich hier schon etwas auskenne und ein, zwei, drei, vier, fünf, fünf brauche ich. Geh und geh. Sammel. Samenkarte. Oh. Oh yeah. Hörs hin. Cool. rein rein sie kommt sie sieht mich like in the horror game mit einer musik jetzt gehe weil der schreckschrauber das wird eine harte action hilfe nach der lichter von boden auf dem bau wo ist das kommt die alte ja hallo baby jetzt muss ich wieder warten geht jetzt ganz nach unten oder nur in den raum was und sprang aber ein höschen okay okay Somebody help! There's a perv in here! There's a perv in here! Everybody calm down! Flee aus dem Mädchenschlaubsaal! Hey, baby! What do you think you're doing? What? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Here's the entrance! Here's the entrance! Don't block me! My f**k! Is this a football team? This is the best! Bring the wäsche to Mr. Burton. Burton. I love Burton, do you want? Oh, come on! Yeah, it's my gangster! You're worth all the trouble, I just went through! Yes, thanks for this laundry. Here's some money for your troubles! You're worth it! Belohnung, 30$! That's it? That's it? I'm gonna beat you for that! You're coming with me! No! sperrstunde keine quests habe gehe ich jetzt mal schlafen und den speichern es ist an der wand ein höchstchen flaschen rakete hat die flaschenraketen werfer habe ich auch bekommen ich habe sowieso gerade keine gescht da muss ich dann schule machen meine güte wieso ist ja eigentlich immer ein gummiband spaß die spaß die spaß die spaß die schieß nachzuhören schieß spaß die hoppa spaß die die sind alle scheiße irgendwann bekomme ich eine spraydose und da kann ich graffitti sprayen weil ich so böse bin ich habe sowieso gleich schule und eh keine mission auf ja ja mongo war ja klar wirf ein oh ja und feuerbeckskörper in die toilette Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Feuerwerkskörper platzieren. Boah, da ist der Scheiße drin. Zehn Dollar. Hey, cool, du kannst schon noch jemandem helfen. Hey Mann, kannst du mir etwas TP geben? Es ist ein bisschen eine Erdbeziehung. Ich liebe dich wirklich. Ja, ja. Du magst wirklich Koks. Jetzt brauchst du Toilettenpapier. Oh, ich falle das hier einfach auf dem Boden. Hallo? Kann man das nicht nehmen? Oh, mit R. Okay. So, und das Toilettenpapier werft stets rein, mein kleiner. Nein, nein. Ja, jetzt bin ich fetter Marsch. Vielleicht, dass er irgendwie reinwerfen muss. Ja, jetzt bin ich schlecht tot. Oh, lauf. Das ist zur Schule. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Wahrscheinlich. Was war anders? Oh, Biologie. Alter, jetzt komm schon wieder, der Fettsack. Hallo, Kinder. Willkommen zur Biologie. Ich hoffe, dass ihr habt Sprechen. Ja, das hatte ich schon mal. I know, I know. Tang. Anpinnen. Kleine Frog. Jetzt schlitzen ihn auf. Es ist noch ein paar Gedärme. Slow and steady wins the race. Machst du jetzt nichts. Oh. Der oben noch. Schlitz ist auf. Take your time, boy. Dissection is an Art. Ist mir doch Wurst. Los, auf damit. So, da pinnen wir den hier wieder an. Nein. Checking out the hearts. Das Flatsch. Schön lecker. Dann nehmen wir das. Klatschen das hier. Klatschen das hier drauf. Äh. Jetzt kommt der Magen. Der Magen. Schon 66%. Ich bin so. So. So Bots. So. Jetzt kommt der Daumen. Eingeweide. Wie auch immer. Flatsch, flatsch, flatsch. Wie da, Litch. Aber sowas hier, Litch. Wirklich gerne. Reality. Biologie. Let's go right, man. Motherfucker. Hallo, hallo. Ja, ich weiß. Ich habe immer noch keine Mission auf. Warum denn? Oh, ich bin Master. Master of Sex. Wieso habe ich keine Mission auf, ey? Voll der Shit. Ah. Hey, Jimmy. Ich glaube, du kannst mir helfen. Hey, Jimmy. Ich bin zwei Schüler in dieser Spinde. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Komm mal her. Scheiße, das ist viel zu weit hinten. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Geh weg, Schlampe. wegstampe das ist noch ein hallo 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 wieso ist hier keiner hallo hallo süßer nein meine güte das wollte ich doch gar nicht ich will doch kein buch machen meine güte tyrannisiert 10 dollars errung in school ich kann jetzt nur rumlaufen und ein paar missions machen hallo nimm dir doch das wollte ich jetzt habe ich kunst wahrscheinlich noch mal bio werke nach der schweiß immer sick ok los geht's das hat schon auch schon meine güte ja ja mr peter und alt und alt gier Ich rock die Party, Leute. So eine Scheiß-Buserk. Die neuen Odis Drum & Bass Techno Techno-Kucklocke Wtf, schau, du guckst ja, du mord'n, Junge Schon echt die... echt die 6% Verdammte Shit Ja, 95% Ich bin so schlecht Ja, das war toll, perfekt Ja, ja, ja Pinky-Bots Pulli Schloßkacken Und dann Sehen wir uns bei Der nächsten Episode Hörst du zu lachen, du Krüppel, du wirst dann hier reingesperrt, du Opfer Was ist denn das für ein Schloß? Toll Oh, was soll der für den... Naja Komm raus, mein Süßer Ähm... 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 Ich muss gehen, meine Mutter... Spass Jetzt kannst du schon drinnen bleiben Okay Naja dann, Leute Wurde Wurde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Politären runter Und... Jetzt... Geht die Party ab, Baby Das? All right, let's do it Let's do it Ähm... Ah ... Tieß... T diye... Der Body gleich Auf jeden Fall also leute bis zum nächsten mal von boli der runde ja mann speichern okay 22 prozent und bis zum nächsten mal